Moin Moin, herzlich willkommen zurück bei Storm Kings, meine Lieben. Heute wollen wir uns mal die Death Guard nochmal anschauen, denn GW hat nach einigen Wochen den zweiten Teil ihrer Preview-Serie fortgesetzt, damit wir es dann diesen Samstag anfangen können zu bestellen. Und wir starten mit der Combat Patrol Box. Wenig anders zu erwarten wird es für vermutlich jede Fraktion so ein neues Start Collecting geben. Die nennt sich jetzt Combat Patrol, weil es halt das kleinste Element ist. Und auch die Death Guard kriegen eine neue Box. Dort drin enthalten sind 39 Miniaturen. Das klingt zum ersten Mal super geil, bis wir uns in das Bild anschauen und feststellen, okay, davon sind wahrscheinlich gefühlte 30 Stück Boxwalker. Ist grundsätzlich nicht schlimm, weil die Boxwalker gehören irgendwie zu den Death Guard dazu, aber okay. Wir haben Typhus drin, das ist ein Named HQ, im Grunde genommen ein Sorcerer und Terminator Rüstung. Allerdings kann der auch echt gut austeilen. Sein großer Trade oder das, was ihn so ein bisschen in seinen Abilities rausstechen lässt, ist, dass er den Boxwalkern plus 1 auf Stärke und Toughness gab und eventuell zukünftig noch gibt. Muss man dann schauen. Aber ich denke, dass er trotzdem noch auch in dem neuen Codex-Update weiterhin einen gewissen Aspekt für die Boxwalker bereithalten wird. Wir haben zusätzlich drin noch einige Black Marines, die jetzt 21 Punkte pro Stück kosten. Vergesst das nicht. Dort können wir im Truppe zwei Special Weapons tragen, zum Beispiel den Blight Launcher mit Stärke 6, AP-2, D3, wenn wir das wollen. Oder sie haben eine Auswahl an verschiedenen Nahkampfwaffen. Da ist zum Beispiel der Flail sehr interessant, der zwar nur einen Schaden macht, aber dafür eure Angriffsanzahl auf D3 erhöht oder variieren lässt. Das Interessante an der Waffe ist, dass ihr überzähligen Schaden auf andere Modelle weitergeben könnt im gegnerischen Trop. Das bedeutet, wie bei Mortal Wounds, wenn ihr drei Mortal Wounds auf ein Zwei-Wunden-Modell macht, gebt ihr eine zusätzliche Mortal Wound oder die überzählige Mortal Wound auf das nächste Modell in dem Trop. Und so funktioniert das dann auch hier. Die Boxwalker kosten uns 5 pro Modell. Insgesamt kann man bisher 10 bis 20 Modelle in so einer Einheit inkludieren. Es gibt ein Update für die Jungs, die treffen jetzt nämlich auf die 4 plus automatisch. Bisher hatten sie den Trade, dass man, wenn man mehr als 10 Modelle hat, nochmal plus 1 drauf bekommt. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das beibehalten. Und natürlich bei den Boxwalkern noch ihre eigene Ability. Wenn sie ein Modell töten im Nahkampf, steht dafür ein weiteres Boxwalker-Modell auf. Das heißt, der Gegner dezimiert zwar meine Einheit, wenn ich angreife oder wenn er mich im Fernkampf angreift oder mich im Nahkampf angreift und was tötet. Aber wenn ich im Nahkampf was töte mit meinen Boxwalkern, generiere ich damit wieder Modelle. Zusätzlich ist noch der Biologist Patrifier drin. Das ist auch nochmal im Waffenmodell für eine Armee. Der verstärkt eigentlich die Granatenangriffe. Da gibt es so ein, zwei nette Tricks, wie man damit umgehen kann. Gucken wir uns mal ein paar Kombinationsmöglichkeiten an. Bei den Black Marines in der Box, also ich versuche jetzt nur mit dem Boxinhalt zu arbeiten. Bei den Strategems deswegen bitte vorsichtig sein. Das kann sein, dass es die in der neuen Edition oder in dem neuen Codex dann nicht mehr gibt oder umgeschrieben wurden oder ähnliches. Wir könnten aber zum Beispiel aus den Wolterwaffen Black Waffens machen. Das heißt, dass wir bei der Verwundungswurfe von 1 diese automatisch wiederholen. Wir brauchen dafür keinen Charme mehr, der uns das Ganze holt. Oder wir erhöhen die Schussanzahl von 1 auf 2, von 2 auf 3. Alles natürlich Rapid Fire. Warum Rapid Fire Waffen jetzt gut sind, sollte noch bekannt sein. Wenn nicht, schaut euch nochmal dein erstes Video an. Die Contagions of Nurgle ist eine Aura, die den Gegnern minus 1 auf ihren Toughness Wert gibt. Das heißt, unsere Stärke 4 Waffen haben vielleicht kein AP. Aber der Gegner hat einen verringerten Widerstand. Das heißt, aus 4 wird 3. Das heißt, ich verwunde besser und erhöhe so meine Verwundungszahl, wenn alles gut läuft. Dieser Biologist Patrifier, der mit drin ist, der erhöht den Schaden und die Wirkungsweise von Granaten, indem man sie auf Stärke 4 und Damage 2 bringt. Mit dem Stratagion Blight Bombardment, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass es bleibt, können nun die Modelle im Overwatch alle Granaten werfen. Und bei zum Beispiel 7 Modellen mit D6 Granaten, da werden ein paar Sechsen bei rumkommen. Kann man von ausgehen. Zu den Poxwalkern, wie gesagt, Typhos bisher, wir wissen noch nicht, wie das da entschieden in der neuen Edition aussehen wird, hatte die Möglichkeit, die Poxwalker zu buffen mit Stärke Tuffness Plus 1. Mit den Contagions of Nurgle bedeutet das, dass wir Space Marines auf die Dreien verwunden. Und bei 40 Angriffen, die dann auf die hoffentlich 3 Plus treffen, gegen den Tuffness 3 Ziel, kämen wir so auf ungefähr 6 Wunden im Angriff, wenn wir zuerst angreifen und mit 21 Modellen reinkommen. Was bedeutet bei einem Standard Space Marine drei tote Modelle, das heißt auch drei neue Poxwalker. Ist eine schöne Sache. Wir würden mit Tuffness 5 und einem 5er Inwool daherkommen, was ungefähr 135 Schuss mit Ballistik 3, Stärke 4 und Damage 1 bedeutet, um diese Einheit zu 100% zuverlässig auf 0 zu bringen bei 20 Modellen. Denkt dran, sie haben nur einen Lebenspunkt und das neue Disgustingly Resilient wirkt nur noch schadensvermindert auf ein Minimum von 1. Das heißt, die profitieren nicht mehr davon. Auch hier hätten wir nochmal zwei Strategiums, die eventuell unsere Poxwalker verstärken können. Müsste man dann halt schauen, ob es die danach auch noch gibt. Weiterhin gibt es neue Modelle, die angekündigt werden. Der Lord of Virelands, 120 Punkte, ist im Grunde genommen so eine Art Lord of Contagion, nehme ich mal an, nur mit einer anderen Fachrichtung. Um das mal so darzustellen. Der Lord of Contagion geht ja eher in den Nahkampf. Ich kann mir hier vorstellen, dass der aufgrund seines Säurespuckers eher so auf die mittlere Distanz geht, um da was zu verstärken. Der Mersmic Malignifier, 75 Punkte Gebäude. Muss man schauen, in welche Richtung das genau gehen wird. Interessant ist, ihr könnt sie mit Conceal Position, also einem Scout Move, bereits während der Deployment-Phase zwischen den beiden Deployments zu uns aufstellen. Ziemlich genau in die Mitte, ihr müsst nämlich 12 Zoll Abstand zum Gegner halten. Die Jungs, also dieses Gebäude, startet allerdings gleich mit Stufe 4 vom CON. Das bedeutet, es hat automatisch eine 9-Inch-Aura, wo es die gegnerische Tuffness um 1 reduziert. Muss man nicht nehmen, es gibt Alternativen. Es ist aber eine nette Idee, schon in Runde 1 mit Rapid-Fire-Waffen arbeiten zu können, gerade wenn der Gegner anfängt. Was haben wir noch? Wir haben noch die Chosen of Mortarion. Das ist ein Dreier-Pack an Einzeleinheiten oder Einzelmodellen. Nämlich den Mereken, den Plaggcaster, dem Noxious Blightbringer und dem Plaggmarine Champion. Die ersten zwei dienen dazu, bestimmte Eigenschaften oder Abilities bzw. irgendwelche Taktiken zu verfeinern und zu verstärken, wie das halt so wichtig ist für irgendwelche Named HQs oder bestimmte Einzelmodelle. Bei dem Plaggmarine Champion verstehe ich nicht ganz, warum der drin ist. Das ist einfach nur quasi ein Insurgent von einer Einheit. Und ganz ehrlich, da hätte man sich zum Beispiel wünschen können, dass der Lord of Contagion mit reinkommt, weil da ist noch gar kein Kit angekündigt im Gegensatz zum Viralance. Und den gab es ja nur in der einen, ich glaube der einen Zweispielerbox damals in der achten. Ist ein bisschen schwer, an das Modell ranzukommen, finde ich jetzt ein bisschen ungünstig. Aber naja, gut, okay, das ist ja eine andere Geschichte. Was wurde noch angekündigt? Mortarion. Natürlich gibt es neue Info zu Mortarion. Mortarion kommt mit drei wunderbaren Warlord-Traits daher. Daher, ja ihr habt richtig gehört, er alleine hat drei und er kann sich noch einen zusätzlichen Warlord-Trade aussuchen. Und das wird einer der Plagg-Warlord-Trades sein. Die Death Guard haben ja ihre Kompanien bekommen und jede Kompanie hat einen eigenen Warlord-Trade. Das kennt man auch aus verschiedenen anderen Kodizes. Und davon könnt ihr euch halt auch nochmal einen aussuchen. Zwei davon wurden als Beispiel nochmal mit reingenommen. The Droning on Urgles Fruit. Gut, das eine reduziert die Geschwindigkeit des Gegners, die Bewegungsgeschwindigkeit. Und das andere sorgt dafür, dass der Gegner kein Cover bekommt, was natürlich ungemein wichtig ist. Denn mit AP-Null-Waffen ist das halt immer so eine Sache im Fernkampf. Die Defertered Blight Drones, 135 Punkte nach der neuen Rechnung, haben auch ein Update bekommen. Denke ich, könnten durchaus sehr interessante Einheiten werden. Zum einen haben sie jetzt nur noch neun Munden und nicht mehr zehn. Das heißt, sie haben kein Damage-Table mehr und das macht sie schon mal deutlich attraktiver. Sie haben vermutlich zwölf Attacken, vier Base mit ihrer neuen Waffe. Dem Flushmower wird das Ganze mit drei multipliziert, darum zwölf. Sie treffen auf die drei plus und greifen dann vermutlich mit Stärke sieben. Also irgendwo zwischen sechs und sieben wird es schon sein. AP-2 und Damage 2 Flat an. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, zumal es noch eine Demonic Engine ist. Und das heißt, ihr könnt dort mit anderen Taktiken arbeiten oder zum Beispiel auch mit einem Demon Detachment noch ein bisschen euch mehr Buffs rausholen, wenn ihr das wollen würdet. Auch diese Forreted Blight Runs, ähnlich wie die Mythic Blight Haulers, können die auch die Minus-Toughness Aura, die auch Motorrad hat, verbreiten. Allerdings starten die halt in Runde eins und nicht gleich wie in Runde vier. Das heißt, sie haben zuerst ein Inch, dann drei, sechs und neun. So lange müssten sie halt überleben. Nichtsdestotrotz ist das halt die Alternative zu dem Gebäude. Und dadurch, dass es Demon Engines sind, haben die halt auch einen schönen Inwull. Und Inwull-Saves sind halt nicht gerade unwichtig. Also dazu noch die hohe Reichweite. Das ist eine Möglichkeit, womit ihr euch Zeit erkaufen könnt und die Wellen vorbereitet. Das heißt, in Runde eins kommen die nach vorne, in Runde zwei kommen eure Rapid Fire und die Death Guard, die Black Marines ein bisschen näher, sodass ihr da halt ein bisschen Zeit erkaufen könnt und das Ganze dann übereinander legt und das Ganze so eine schöne Synergie aufbaut. Insgesamt muss ich sagen, schöne kleine Updates. Ich bin wirklich auf den Kodex gespannt. Was mich nach wie vor wundert, ist, dass sie zuerst nicht die CSM, also Hellspace-Münze an sich, rausgebracht haben. Aber es sind sehr, sehr schöne Informationen dabei, die einfach auf einen schönen Kodex hoffen lassen. Ein Kodex, der interessant sein wird zu spielen, der uns ein bisschen Vielfältigkeit bietet, der uns ein paar Möglichkeiten bietet, eine neue Mechanik oder eine neue Spielweise, in Anführungsstrichen neu, mit ins Spiel zu integrieren. Und deswegen, denke ich mal, kann man sich auf die Death Guard freuen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, mit denen man dann den Kodex in den Händen hält, was da genau bei rumkommen wird. So, das soll es erstmal zu den Death Guard gewesen sein. Vielleicht kommen die Woche noch ein oder zwei News, müssen wir mal schauen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, hat GW schon einiges an Infos rausgehauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann!